ok schrieb damit habe mit einer heuchler richtig nicht okay also ihr habt gesehen halt den mund leise aber gibt uns frauen und paris zu heiraten voll schön und allah hat uns alles frau aber sagte was auch bei dir jesus sagte die huren und die zollner kommen im paradies abu trecker buch anschein was machen die hore bei euch im paradies sagst mir zu schauen mit denen ein glühschwein trinken oder eine spritze sagt sauer wasser was macht ihr mit hören und zollner du gehst zu zollner am paradies holst du geld und hast du die huren das vor gesprochen hat kommen nigger ich bin nigger ich bin stolz der frieden des herrn jesus sei mit allen das gleichnis in matthäus kapitel 21 vers 28 bis 32 ist eine scharfe ermahnung an die hohen priester und ältesten für ihren ungehorsam gegenüber dem busruf des johannes dem täufer denn johannes kam zu euch und wies euch den weg der gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht aber die zollner und huren glaubten ihm und obwohl ihr sagt reute es euch nicht so dass ihr ihm danach geglaubt hättet matthäus kapitel 21 vers 32 es handelt von einem mann dessen zwei söhne im weinberg arbeiten sollen der eine sohn weigerte sich entschied sich dann jedoch anders und ging hin was meint ihr aber es hatte ein mann zwei söhne und ging zu dem ersten und sprach mein sohn geh hin und arbeite heute im weinberg er antwortete aber und sprach ich will nicht danach aber reute es ihn und er ging hin matthäus kapitel 21 vers 28 bis 29 der andere sohn war einverstanden ging aber nie an die arbeit und der vater ging zum anderen sohn und sagte dasselbe der aber antwortete und sprach ja her und ging nicht hin matthäus kapitel 21 vers 30 jesus legte nun das gleichnis aus zöllner und huren waren wie der erste sohn sie behaupteten nicht von sich johannes dem täufer zu gehorchen aber schließlich taten viele von ihnen busse und glaubten an jesus wer von den beiden hat des vaters willen getan sie sprachen der erste jesus sprach zu ihnen wahrlich ich sage euch die zöllner und huren kommen eher ins reich gottes als ihr matthäus kapitel 21 vers 31 da engel kein geld brauchen um etwas zu bezahlen dürfte es nicht schwer sein dass dies auch für uns gilt ausnahme wenn jemand mit dem kleinen kopf denkt statt mit dem großen kopf jesus aber antwortete und sprach zu ihnen ihr irrt weil ihr weder die schrift kennt noch die kraft gottes denn in der auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen sondern sie sind wie engel im himmel matthäus kapitel 22 vers 29 bis 30 unsere lieben davagandisten sollten sich spätestens jetzt gedanken machen ob im gleichnis mit den zwei söhnen sie sich im zweiten sohn wiederfinden alle worte gottes sind im feuer geläutert er ist ein schild denen die auf ihn trauen tue nichts zu seinen worten hinzu dass er dich nicht zurechtweise und du als lügner dastehst sprüche kapitel 30 vers 5 bis 6 ironischerweise durchsuchen unsere lieben davagandisten die bibel um nach fehler und widersprüchen zu suchen doch in wahrheit werden sie den wahren jesus finden ihr erforscht die schriften weil ihr meint in ihnen das ewige leben zu haben und sie sind es die von mir zeugnis geben und doch wollt ihr nicht zu mir kommen um das leben zu empfangen johannes kapitel 5 vers 39 bis 40